Ich bin neuer Spiegelwachen, scheiße, zurück, hallo. Hallo, guten Spieltag. Nein, ich bin noch mal von vorne. Bin zu gruselig. So. Hier, warte noch, ich kann es nicht. Vielleicht ist es vorbei, küsst du. So. Nochmal hier. Bla, 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 bla. Nochmal durchlesen. Okay. 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 Ja, bra, 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 bra. Ich mach jetzt einfach weiter. Hm, hm. Die Kamera geht. So, umsteigen. Okay, ob ich laufen kann. Laufen kann ich. Wir probieren das jetzt. So, der Titel. Ich hab ja gar nicht in den Notizblock. Tag. Und jetzt sind wir mal in den Dokumenten. Und jetzt sind wir mal in den Dokumenten. So, ich hab ja mal in den Dokumenten. So, ich hab ja auch in den Dokumenten. Ich hab ja auch in den Dokumenten. So, ich glaube, wir machen es noch mal rüber. Wir machen das Haus rum. Jetzt sind wir da durch. Ich denke, was träumt. Zack, zack, bin ich da? Und dann... Die Leiterhörer. War schon wieder einer da? Hast du einen gesehen? Nein, jetzt soll ich. Und gruselig. Ab durchs Wasser, bin ich schon mal nass. So, was mit dir? Ah, ab durch. Die Musik. Okay. Spring mal. Der Tasten. Hopp. 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 So, und jetzt? Kann man da runterfallen? Wenn ich nicht gerade auslaufe, richtig? Weiß ich auch nicht. Oh, das war geil. Ja. Ja. Hier, ne? Wow, wenn wir kommen, geht das Licht alles. Scheiße! Die Musik ist ein bisschen sehr laut, was? Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er immer war. Äh, Nachtsicht. Ja. So, jetzt... Die Grafik ist ja kacke. Da war eine Tür, ne? Hä, wo laufe ich denn? Die sind so scheiße gerade. Oh, wir machen mal kurz. Das war ja... Ach, das Nachtsicht. Ja, siehste, Kamera. Da komm ich durch. Ja, schlau, ne? Da komm... Ja, lass mal da rein. Wie kann man da rein? Taste, taste, die Hand! Uh! Eigene Hand ist gruselig. Scheiße! Kann man hier durchbauen, ob da irgendwas ist? Eine Batterie? Wo ist die Batterie? Die Batterie? Sind sie da nicht raus? Ach, da. Lauf doch mal zu, du Heini. Du stehst doch nicht auf dem Sofa. Kann ich über das Sofa rüberspringen? Ah! Scheiße! Was war das? Oh Scheiße! Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Schock! Oh Feier! Was war das? Ich wollte eine Batterie suchen! So, was wollte ich denn jetzt? Da geht jetzt mal so... Wo geh ich denn jetzt? Da! Oh! Das ist auf Schmerzen! Na guck mal, da ist ein Fernseher! Hab ich gerade gesehen. Was ist da? Kann man da rein? Oh Gott! Was falsch ist! Oh ich mag nicht weiter! Ja, da kommt einer. Kann ich auch schnell laufen? Dann kann ich nicht luschern. Oh, ich hab mich voll ver... Der stöhnt hier, guck mal. Geh mal ein Stückchen vor und luschern mal. Das bringt's voll. Der kann um die Ecke luschern. Was war da? Der Schrank. Oh, du triffst den Schrank. Oh, ich hab mich voll ver... Meine Schulter. So, wir gehen jetzt einfach da raus. Ich hab auch Schuss gespielt. Der Maus ist zu schnell. Kann man da durchgehen? Ich sag an, da lang oder lieber da lang? Da können wir gar nicht lang. Dann gehen wir jetzt erstmal da rein. Nimm deine Hand da weg. Ach, da war ich noch grad dringend. Ich bin völlig fertig. Gut, okay. Also... Scheiße. Guck mal, was wir da schaffen. Aua, mein Rücken. Ich bin voll ver... Oh, Batterie. Wir nehmen die Batterie jetzt. Wir nehmen die Batterie jetzt. Gut, eine Batterie haben wir schon. Wie war das? Wie duckt man sich? Da kann man sich ducken. Da ist der Pizzi. Machen wir so einen Krach oder wer macht so einen Krach? Schuss. Oh, ich hab Angst. Hm. Wo bin ich denn jetzt? Hm. Weil die Schatten hier. Wie lauf ich denn jetzt? Geh eben raus. Das ist ja dunkel, ey. Hast du das gehört? Nein, da war es keiner. Geh doch nicht so schnell hier. Ich habe auch nichts. Da ist eine Fußabdrücke, eine Blutfußabdrücke. Oh, eine Akte. Wackel, wackel. Nimm doch mal hin, die Akte da. Boah, das wackelt hier. Ja, wir gucken mal in den Notizblock rein. Patient behauptet, ein selbstgesteuertes Ziel ist, Raumfahrt vorgetrunken zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität im Maschinen und Beobachtung. Warum ist Gott nicht so viel? Ja, keine Ahnung. Wir schließen das jetzt wieder. Ich muss weiter drücken, Raumsetzen. Ich habe mich voll verjagten. Ja, ich habe mich voll erschrocken und von zur Seite gezuckt. Und jetzt... Oh, gut. So, ab durch die Mitte jetzt hier. Blutspul hinterher. Oh, die Tür ging zu, die Tür ging zu. Jetzt will der Sack hier auch mal da rein. Mach die Tür auf, mach die Tür. Tür zu, mach mal da mal zu da. Schnell da in die Ecke rein. Ich kann mich nur so verstecken, ich habe eins. Du hast da schon irgendwas verrenten da. Wo ist der eine da? Oh, da war noch einer. Boah. Kannst du hier hinunter gucken? Mein Rücken tut mir in die Scheiße. Ich habe schöner Spür, als du fühlst. Oh, das kann er in den Raum, das war. Oh, Gott. Da ist einer. Da war einer. Scheiße. Scheiße. Oh, ich wollte es leer. Ich will die Idee weiter machen. Ich habe es laut, ich habe alles mal geholfen. Ich weiß nicht, wieso. War da irgendwas im Haupt? Ich weiß, dass ich mich das in die Frage ging. Kannst du noch mal zurückgehen? Ja. Echt jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier? Noch mal eine Drehung. Ach, die Maus. Ah, bist du. Die Atmung, ja. Ja, da bin ich halt tot, aber das tropft da oben. Wie dusche ich dir jetzt noch mal, oder was? Kann ich gar nicht duschen. Das ist doch schon anders, dass es nicht... Nee, ob da noch einer drin ist. Wenn da jetzt einer kommt, ich kann gar nicht so schnell hoch hier. Nee, wo du... Ich kann mir das lassen, du ja nicht so schnell. Vor allem, wenn du da rein bist, und da ist noch einer. Du kannst das nicht rein. Das ist nichts, das ist ein Darmesinn. Kann ich mal reingucken? Das ist nichts. Ich hab Schiss jetzt. Ich geh schnell wieder hoch da. Ich hab in den Raum. Nee, in den Raum, da war noch gerade. Wir gehen jetzt da hoch. Ich hab in den Raum, wo der Raustraum, und die Tür zurückkehren. Mach doch mal hoch da, los, du. Schnell weg. Ich will hoch, nein, wacht er denn jetzt hier. Nein. Ich komm grad nicht hier hoch, ich will hier hoch. Geh da raus. Nee, ich will nicht hoch, ich will da jetzt rein. Schnell weg. Das war jetzt so unbequem. Das war nicht in den Raum da. Willst du noch mal in den Raum rein? Du bist gerade nur runter gekommen, um in den Mühe reinzugucken. Nee, um in den Raum reinzugucken. Du willst jetzt echt noch mal da runter? Ja. Oh, nee, 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 nee. Ich bin hier so hoch und verstehe. Ich bin jetzt schlecht jetzt. Schnell, weil da steht jetzt leider. Ja, ich kann nicht so schnell wegrennen, das ist das Problem. Und jetzt so, wow. Ich mach aber auch da die Tür. Abgeschlossen. Scheiße, sie ist abgeschlossen. Du wirst in den Raum rein. Ja, super. So, hat sich erledigt. Jetzt ist es, ja. Zu wohnen hast du mal jetzt hier hoch. Er ist schon gleich kaputt vor dem Blutklettern. Kannst du die anderen nicht tun? Nee. So. So, jetzt ist alles verrückt. Tut weh. Ich hab schon wieder schmerzen. So, was ist das da? So, dust aber um die Ecke. Das ist nix. So, drei Ausfälle da. Das Problem ist, ich kann nicht so schnell wegrennen, wie irgendeiner kommt. So, was dauert, ich weiß nicht, was jemand umgekommt. Ich bin hier im Gang sogar, ne? Der hat wirklich im Gang. Ich bin schon wieder... Ich kann hier schnell laufen. Ja, warum musst du jetzt hin? Erstmal die Bücherhalle da, was? Bücherhalle. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh Mann. Ich hab Angst. Du, es ist ein, zwei, drei. Bei drei? Drei. Scheiße. Man muss das jetzt um öffnen. Sehr schön, okay. Scheiße. Scheiße. Ja, nein. Nicht mehr. Oh, nein. Das war so schön. Oh Gott. Ich will nicht. Kamera, schnell, Kamera anmachen. Oh. Die Musik. Oh, die Musik ist so laut. Mach mal ja die Musikreise. Ist der noch Gericht oder ist die Kamera so? Wenn ich das hier sehr atmet, oder? Was? Die Atmung. Die Spitz, das Geschrei. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ich sehe nicht. Ich bin so gut. Wer laufe ich denn jetzt hier? Oh Gott. Oh Gott. Ist das hier ein Labyrinth oder was? Ich komme ja nicht durch. Das ist okay. Kommt von dort. Das war der. Das war der. Das war der. Ausgebrochen, lieber. Wir haben sie nicht bekämpfen müssen. Ah, steck mich. Was? War der Rieslikier? Nicht vielleicht. Geh nicht hier raus. Da hast du die Tür. Da geht er jetzt raus. Da ist jemand da. Der ist ja ganz. Schnaufe. Mach die Kamera aus. Das darf ich nicht weg. Hey, du hast so eine Batterie auch gesondert, wenn du ganz am Anfang... Wer hat dich da letztes Mal ohne gedacht? Du schau mal hier. Guck doch um die Ecke da. Guck da um die Ecke. Also kann man keine da raus machen. Oh, so ein Bücher. Hörst du das? Da kommt nicht, ich kann nicht schnell wegrennen. Ich will nicht mehr. Ja, aber da kommt immer jemand. Ja, dann ist das so. Ich muss mal irgendwie schnell ducken oder... Guck wieder anhalten. Fressen! Hörst du! 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 Ich darf in einer Rückgestalt benutze den Sicherheitsterminal und wird bei Nachbindern. Mit Notizen? Wollen wir Notizen gucken? Oh, ist mir schlecht. Du hast dich nicht versteckt. Guck da hin. Ich glaube, das ist der Ablauf des Spiels, dass man da von dem halt gut gemacht wird. Ich weiß nicht, ob man stirbt. Keine Ahnung. So, ich bin drin. Überall Leichen. Zerbrennung. Köpfe aufgereift. Flaschen in einer Bar. Wissenschafter hängen von der Decke her. Oh, ich bin in der Lesen geschlecht. Schmerzen. Wir haben Schmerzen geschlecht. Schmerzen vorm Spiel. Wir machen jetzt Schluss, jetzt hier oder was willst du weitermachen? Wir lesen mal weiter. Der Weg raus konnte ich nicht... Hä? Äh? Der Weg raus... Du musst rauskommen. Du kannst dich durch denselben Weg rausziehen und du kommst. So, zurück. ...und zum Glück. Oh. Das ist der Akte. Du musst dich schermen. Ich bin jetzt erstmal hier zu hoch. Oh, das wackelt hier. Was ist eine Akte? Nimm mal hinter die Akte los. Die miete die nicht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Mir schmerzen, mir ist schlecht. Das fühlt sich etwas zu schrecklich will. Wie heißt denn das Webinar? Wie heißt das Webinar? Ja. Ich glaube, das würde helfen. So, wir machen jetzt hier weiter. Oh, die Geräusche, ey. Wenn man zurück geht, so. Da kommt ja auch wo noch eine Batterie ist. Da ist die Kille. Du musst du mal verstecken hier. Nee, spring! Du springt das Bade runter. Wipf, juhu, spring! So, sag mal wo hin? Guck mal da rein. Da kommst du eh nicht rein. Du kennst das Spiel schon irgendwie. Bei PC. Oh, nicht schnell. Guck mal da oben. Da waren wir. Guck mal da oben. Guck mal da oben. Guck mal hier Schock. Mach wasch du. Mach wasch du. Mach wasch du. Weißt du das? Ey, komm das her? Mach wasch du? Kann mich so schnell umdrehen hier. Da sitzt einer. Was ist das? Was ist das? Das Wasser irgendwie. Die Tür ist auf. Geh mal hin. Hüpfte. Hüpfte immer hier. Ohhhhh. Ist mal da runtergefahren. Du bist halt voll Am propre recht geflogen. Mal vermutlich drauf drücken, oder was? Guck mal drauf da. Guck ich walอง nicht. Du musst drücken nochmal drauf da. Wackelt doch nicht so. Geht nicht. So und jetzt? Wir gucken mal, ob der da hinten sich bewegt da und ja. Das ist Wasser oder Wasser? Das ist doch Wasser irgendwo. Aber ich erschrecke mich mal vor mich selbst. Vor umdrehen. So, wo gehen wir jetzt lang? Da lang? Warte, wir gehen mal zurück. Warte mal, dass wir jetzt halt wieder raus sind. Links, äh, rechts? Das ist mein Fahrstuhl irgendwie. Doch, da ist eine Tür. Oder? Da geht auch eine Treppe hoch. Ich darf mir schon den Schlüssel finden. Da lang? Ich hab Angst. Wir gehen jetzt da hinten lang, Anker. Nein, das kannst du echt tun. Das ist wieder Blut, ey. Ja, geh mal in den Keller. Oh, mein Schwindelig, ey. Der läuft da hart auf das Wasser. Der Fahrstuhl ist das. Kannst du dich nicht nehmen, der... Der ist da... Der ist da... Der ist da, wo das Wasser lang fließt. Kann man da aufmachen? Kannst du da nicht aufhören? Ja. Der ist da, wo das Wasser lang fließt. Na, umdrehen bitte. Ich seh gar nichts. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen falsch. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen falsch. Da bist du rein, oder? Nein. Da kann sie nicht gehen. Da kann sie nicht gehen. Da kann sie nicht gehen. Wie sitzt denn da? Gehst du da rein, wie jetzt? Geht das Wort noch? Gott sei Dank bist du. Gott sei Dank bist du. Gott sei Dank bist du. Das ist die Kamera. Guck mal. Die werden beobachtet. Warnst du, warnst du, warnst du. Problem ist, wenn irgendeiner kommt, ich kann nicht wegrennen. Ich kann nicht schnell wegrennen, glaube ich. Oh, scheiße. Geh mal. Wo bin ich denn schnell weg? Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Ih, was war das? Geh doch mal zu, ey. Scheiße. Der hat mich gesehen. Was ist da, Ih? Da ist eine Batterie. Juhu. Nimm hin, nimm schnell. Oh. Die Tür ist zu. Die Nacht wird nur eingeschlossen worden. Das ist doch keiner. Ähm. Was wirst du, wenn er sich aufguckt? Ja, du kannst ja nichts machen. Ich kann mich ja nicht wehren hier. Ich kann nur wegrennen und mich verstecken. Guck, guck, hallo. Da ist keiner. Okay. Ich bin wirklich verrückt. Ich bin wirklich verrückt. Ich hab Angst. Ich hab Angst davor, dass ich nicht wegrennen kann. Ja, jetzt steht der da vor der Tür. Das liegt. Hallo. Der soll mal da durchloschauen. Oh mein Gott. Das macht doch nicht die Tür wieder zu. Das ist doch nicht die Tür wieder zu. Das ist doch nicht die Tür wieder zu. Wie sagt man da durchloschauen, ob da einer ist? Oh, ich komm jetzt. Ich bin schwindelig vom Laufen hier. Ich laufe da jetzt einfach lang. Von da sind wir auch gekommen. Da ist gar nicht so eine Tritt oder so. Kann ich hier drüber sprinten? Rennen drüber. Rennen drüber. Ich duke mich beim Laufen nicht. Ich such gleich hier. Mach mal auf da. Geh da mal rein da. Geh da mal in da. Der will da nicht rein. Geh da jetzt rein. Tür auf. Ja, mach ich ja. Hallo. Ja, jetzt hier. Ist nix. Hier ist mit der hinten rein. Tür zu. Ah, scheiße. Er lässt uns zum letzten und sterben. Oh, er sitzt auf dem Klo und stirbt auf dem Stuhl. So. Lushan mal rüber. Lushan mal rüber. Da ist. Oh, da war jemand glaube ich. Oh, ich dachte. Andere Seite. Du saß mal da rüber, Lushan. So, wir gehen jetzt. Okay. Wir gehen ins Klo zurück. Ey, ist Wahnsinn. So, lauf zu da jetzt. Ich weiß nicht, wo ich hin drin soll. Ich hab auch Schmerzen. Ich hab auch Schmerzen. Ey, der ist schon besoffen hier. Cutie. Hm. Das ist ja schon krass. Der, 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 der rechts war noch nicht zurück. Ja, du. Hier, zurück. Die war zu. Ach so. Na, komm jetzt. Die Tür da ist auch, die Tür da ist auch. Tschüss. Jo, Fina kann sich verstecken. Ich glaub mal ein bisschen schneller hier. Da ist ein Krach hier. Guck mal, wo ist denn mein Gott. Das ist ja ein paar Minuten her. Bla 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 bla. Ich kann mich nicht konzentrieren. So, weiter. Ich geh jetzt weiter. Ich hab' das nicht. Oh. Oh. Das ist ja ein Schiss. Lusche, Lusche. Das Lusche. Der Fiss war auch so flur. Ist auch gleich. Gott sei Dank, das Zug. Oh. Scheiße. Warum müssen wir sterben? Wir sind... Wir sind... Wo kam das hier, ey? Was wollen wir euch nur unterhalten, ne? Cooper auf Exit offen ist. Da war eben Exit. Hab ich doch geguckt eben, oder nicht? Ey, wieso reg ich mich diese dreimal um? Hey, du bist jetzt so... Ach so. Ne, ist das noch die Tür, oder? Oh, ist die nächste so dunkel? Ne, geh mal kurz... Links haben wir hier. Warte mal. Ne, da ist keine Tür. Ne, da ist keine Tür. Da riech sie. Rechts von... Oh. Ja, da riech sie. Ja, da riech sie. Ja, da riech sie. Da riech sie. Mann, da ist keine Tür. Ja. Ja, da riech sie. Du darfst da. Du. Die ist so schön. Wie will ich? Die ist so schön. Guck schon mal weg. Dieser Knauf. Wer ist auch wieder da? Da waren wir gerade. Oh. Oh, das kann aus. Na dann rennen raus. Rennen den Gang entlang. Die hat zwei Türen ist deswegen. Wo ist hier das Schloss nicht? Ach, ist zu. Oh, also die rennen jetzt den Gang lang. Also. Anlauf nehmen. Topmodel. Genau. Und Aufstieg hier. So, hier gehen wir jetzt bis Socken lang. So. Schneller. 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 Immer schneller. Boah. Scheiße, ich sehe nix. Wer macht ja selbst einen Krach hier, ey. Hätte er ruhig gemacht, vor allem nicht. Oder? Doch. So, jetzt gehen wir. Ja. Das knarrt. Haben wir hier schon? Die Tür ist aus. Da sitzt einer, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Schnell, ey. Da sitzt jemand. Da? Da sitzt jemand. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist nicht tot. Ich habe einen. Oh, der ist tot. Ich sehe nix. Mach die Kamera. Oh mein Gott. Dann sieht man ja viel. Guck mal grad. Guck mal wie er raus ist. Das kommt ganz gut. Ey, da ist noch im Nebenraum. Ich kann mich nicht durch. Da ist noch im Nebenraum. Ist hier gerade überhaupt nichts, ja. Lauf doch mal zu, Mann, hier. Ist hier irgendwo noch eine Batterie? Es leuchtet hier überall. Der ist Busch. Oh mein Gott. Oh scheiße, es ist wie so dunkel. Da war Wasser, Leuchtt, was, eine Batterie. Eine Akte. Eine Akte, ja. Bist du eigentlich schon so eine Akte? Ja, wir machen mal schnell J. Kurz ausruhen. Da stehen wir alle Patienten. Da stehen wir hier. Was? Was? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Die Tür ist nicht mehr. Ich habe die Musik gemacht. Ich kann mich nicht mehr. Da hinten nochmal gucken. Was? Das ist nichts. Das ist nur Akten, nur Akten. Und da nochmal gucken. Die ist noch eine Tür. Ne, die ist ausgehängt. Und jetzt, wo sind wir jetzt? Das Milchengroß zu. Ist das ein anderer da? Das ist der Gangli, der lebt noch. Der kann jetzt ja nicht umbringen, oder? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob er uns umbringt. Ja. Ich will jetzt nicht mehr. Ich brauche Pause. Ich gucke jetzt, ob wir umgebracht werden. Okay? Hallo, du da. Ne, ich lasse mich jetzt umbringen, okay? Ja, okay. Ich lasse mich jetzt umbringen. Ich habe keine Lust mehr. Ja. So, wir lassen es uns jetzt umbringen. Ja. Der sieht bestimmt eklig aus. Hallo. Lass da doch einfach vorbei. Ja, guck dir jetzt mal die Füße an. Oh mein Gott. Scheiße. 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 Ich will zurück. Geh doch zurück, du Idiot. Lauf zu. Wo ist der Gang? Lauf doch schnell. Lauf doch einfach rein. Was ist denn die Tür? Verdammt. Muss doch umlaufen. Einfach reinlaufen bei den Leuten da? Ja. Und dann? Vielleicht musst du da ja rein. Willst du dich jetzt umbringen lassen oder was? Ja, mach doch jetzt einfach. Wir machen das jetzt. Mal gucken, was passiert. Dann ist das Spiel zu Ende erstmals. No, it's no fun. Ja, dann ist das Video zu Ende. Ich kann nicht mehr. So, mir ist schlecht, aber... Einmal richtig sterben. Naja, mal gucken, was die machen. Vielleicht reden die ja ganz nett mit uns, ne? Wir sind die ja ganz lieb. So, Achtung. Ich bring mich jetzt auf. Hallo, ihr da. Dann kannst du da rübersteigen. Nee, kannst du mit der Königin rein. Dann bin ich auch schon wieder weg. Fernsehen. Nö. Weißt du gar nichts auf dem Bildschirm? Ja, alles gut. Gerne rein. Geht rein. Mach ziemlich. Die kriegen nix mit hier. Noch aufgeführt. Weißt du das? Nein, das ist so spannend. Ich kann das nicht aussprechen. Die kriegen nix mit, ey. Hä? Hä? Wo wärst du hier nicht reingegangen? Da sitzt noch einer. Getra. Die kriegen alle nix mit. Die Musik dazu. Oh, ist ja gruselig. Da ist eine Tür. Mann, ich hab echt Schiss hier. Wir gehen jetzt da rein. Lass uns umbringen, okay? Ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Nein. Mann, warte, ich bin hier ohne zu halten. Äh. Äh. Was ist denn das? Da ist ein Zettel. Die Karte. Security-Karte. Nimm doch mal hin, die blöde Karte. So, jetzt kommen wir in den Security-Bereich. Ja, alles gut. Einmal kurz ja und dann gehen wir nochmal weiter. Äh. Fortfahren. Ne, ich hab gespeichert eben. Das ist die Security, die ich gerade noch mal holen muss. Die Tür ist zu. War die eben schon zu? Nein, 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 nein. Wir müssen da durch, durch den Raum wieder. Wir müssen eigentlich da drüben, dahin müssen wir. Und da war auch die Security-Karte auf dem, glaube ich, auf dem Gang. Hinten? Ja, hinten auf den Gang. Ganz hinten. Wir müssen nur leider hier wieder durch den Raum. Ich glaube, jetzt fressen sie uns an. Wollen wir mal wetten? Die knuspern uns an. Knuspern, 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 knuspern. Sie verknappert an meinem Häuschen. Die kriegen hier nichts mit. Ich hoffe, wir können jetzt hier vorbeilaufen wieder. Vielleicht macht ja du. Der ist immer noch so creepy. Merklappert ist immer noch so vie, wir müssen noch so wie schön. Ich habe diese nicht wieder zu machen. Ich weiß nicht wieder, ich Muste nicht hier. Wenn du uns hier bist. Ich kann mich nicht hier sein. Ich kann mich nicht hier sein. Ich hab dich nicht hier sein. Das ist immer wieder so groß. Ich kann mich nicht hier sein. Ich kann dich nicht hier sein. Wo war diese Blöde? Oh, nützt einer. Ich duck dich doch nicht, du Reini. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Die zu verstecken. Was bringt die denn? Da ist der Tisch. Der steht da hinter uns, vor uns. Geh der hier schnell rein. Mach doch die Tür hin. Ja. So, einfach ausruhen. Ja. Du hast die Tür aufgelassen, dann kommt ja immer, du guck in die Spin und da stehst du. Dann kann ich da. Ich kann es nicht mehr. Wir müssen Schluss machen. Nein. Wir sind jetzt da zum Spind. Wir machen Schluss. Nein, nur noch weiter. Guck jetzt mal in den Raum. Guck mal, das wackelt sogar. Die Lamellen, du ertäuschst das. Verdammt. Jetzt kannst du alles von außen beobachten. Hier ist gar nichts weiter. Wenn ich mich hier verstecken kann, dann kommt doch bestimmt gleich keiner. Guck mal, die Tastatur, guck mal, die Blinge gerade. Geh mal da hin. Guck mal, das ist der Rollstuhl, dass die Kamera um hier war. Du kannst doch auf den Pazis gucken. Pass mal auf, wenn ich mich in den Schmitt verstecken kann, dann kommt bestimmt gleich einer. Guck mal, der kommt zu mir. Guck mal, hier startet ein Generator im Keller. Jetzt möchte ich schnell da rein. Guck mal, der kommt zu mir. Guck mal, der kommt doch mal auf die Pazis. Ich bin schnell da rein. Zumachen der Spar. Guck mal. Das Licht ist draußen. Du warst hier, oder? Ein kleine Schweine, find's euch. Der macht gleich auf. Pass auf. Und die hat durchgeguckt. Da steht der hier noch weg da. Aua, aua, aua. Die Musik. Die warten jetzt erst mal 10 Minuten. Was wollten wir jetzt machen? Den Generator starten, oder? Ja, weil der Strom, das habe ich gar nicht mitgekriegt so schnell. Der Generator ist ausgegangen. Jetzt muss mein Keller auch noch. Oh mein Gott. Ich brauche Pause. Ich brauche Pause. Oh mein Gott. Nee, Schluss für heute. Ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt Pause. Das ist zu viel für mich? Nee. Dann braucht man echt. Abends darf man das nie spielen. So, ich mache jetzt Schluss. Nee, ich muss das erst mal verdauen. Ja, ich beende jetzt. Kein Bock mehr. Bye, bye. Beenden. Untertitelung des ZDF, 2020